Was zuletzt geschah. Und so geht's weiter. Was jetzt folgt, dürfte man eigentlich niemandem zeigen, aber... Hey, ihr wisst alle, ich bin scheiße. Nicht... hab ich nicht ein Fünftchen Verständnis für. Wirklich nicht. Tobi hat gerade davon einen Clip gemacht. Und der Shortlink für den Clip heißt Aggressive Dear Volcania. Und die Dinger sind immer random generiert. Finde ich witzig, dass das Aggressive heißt. Finde ich sehr witzig. Oh scheiß, ich bin so pissed. Was ist das für ein mega schrecklicher scheiß Bosskampf. Jetzt ohne Witz. Ich finde das so schlecht. Boah, ist das schlecht, ey. Ich hab die ganze Zeit versucht, mich zu heilen, aber anscheinend kann man da unten sich auch nicht heilen. Apparently. Weil das konnte ich gerade nicht. Ich hab die ganze Zeit Steuerung gedrückt. Obwohl ich das Heilding aufgenommen hab. Und das weiß ich. Okay, jetzt mit dem Blocken, obwohl ich sonst halt auch die ganze Zeit gemacht hab. Ist das euer Ernst? Hab ich's jetzt geschafft? Dafür brauchte ich jetzt drei Male. Lieber weiter weggehen, bevor er jetzt nochmal explodiert oder so. Jetzt hab ich alles gesehen. Auf jeden Fall. Ohne Scheiß. Jetzt hab ich alles gesehen. Du kommst ja echt früh. Wenn du mich jetzt nochmal umbringst, ne? Jetzt brauchte ich das Serum. Das hätte ich nicht die ganze Zeit vorher im Bosskampf. Das heißt, ich hab jetzt nur noch ein Serum. Das heißt, Ich kann jetzt nur Zoe oder Mia retten. Das heißt, es wird wahrscheinlich zwei verschiedene Endings geben, denk ich mal. Alright. So, was machen wir jetzt? Hi. Geil, ich darf mich jetzt wirklich entscheiden. Ich liebe es, Gott zu spielen. Das Ding ist, bin ich ehrlich, eigentlich möchte ich Mia retten. Aber. Ah, Mann, ey. Über Zoe wissen wir halt nix. Die hat uns vielleicht die ganze Zeit jetzt geholfen, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich die jetzt besser finde. Zoe hat mir so gesehen mehr geholfen. Mia war die ganze Zeit, hat mich angegriffen am Anfang, wollte mich umbringen. Ähm. Okay. Okay. Einfach alle schreiben gerade in den Chat, Mia. Also es war eine Welle von Mias, die gerade geschrieben hat. Okay. Okay. Ich muss halt zugeben, Zoe hat uns aber so gesehen mehr geholfen. Und wegen Mia sind wir hingekommen. Das ist eine sehr fiese Entscheidung, finde ich. Ehrlich gesagt. I don't know. Mia ist ja unsere Freundin, aber es waren drei Jahre dazwischen. Ist, ach, das ist alles so schwer zu sagen. Weil das Ding ist, es waren zwar drei Jahre dazwischen, dass wir das letzte Mal mit Mia irgendwie Kontakt hatten, aber dann hat sie doch trotzdem vorher die Mail geschrieben. Das heißt, es war wahrscheinlich dieser komische Zombie-Virus, der sie dann die ganze Zeit so komisch hat werden lassen. Jetzt ist die Hälfte wieder auf Zoe. Oh Gott, das ist, das wird, das wird nix. Das wird nix, Freunde. Ich muss mich entscheiden. Ich nehm Mia. Die tut mir halt ehrlich gesagt jetzt wirklich leid. Ich bin sicher, dass jemand jemanden kann helfen. Das ist mein Haus. Apparent, ich bin hier. Ich schreibe Hilfe. Kein Widerstand. Da werden niemanden leften zu helfen. Das Ding ist, wir haben jetzt halt nicht mehr Zoe, die uns die ganze Zeit helfen kann, ne? Wir haben jetzt nur ne Mia, die die ganze Zeit eigentlich kacke war. Ich sag ja nur. Ich sag ja nur. Ich glaub, das war keine gute Entscheidung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jede Entscheidung hat ihre Vor- und Nachteile, denk ich mal. Die Oma wär die beste Wahl gewesen. Gebe ich dir recht. Die Oma hätt ich gerne gerettet. Ethan? Danke. Gerne, Mann. Wie, was anderes war ich, ich würde wählen? Ethan. Als ob wir jetzt einfach von dem Sumpf fliehen können. Ich weiß, dass du viel überrascht hast. Wir müssen sprechen. Nein. Du hast etwas mit dem, nicht wahr? Schau. Ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan. Was ist das da? Was ist das da? Die Titanic. Hey. Bestimmt, ist irgendwas in unseren Motor geraselt. Oder das. Was ist das da? Was ist das? Was ist das? What the fuck? Alright. Alright. Sure thing. This way. Oh, spielen wir jetzt die Olle? Fände ich interessant. Das ist cool, weil entweder würde man jetzt Mia oder Zoe steuern. Das finde ich cool gemacht. Das gefällt mir. Haben wir überhaupt eine Waffe? Oder wird das jetzt der Stealth-Moment? Fang besser an zu laufen. Oh, schön. Ethan? Eine wichtige Flasche. Okay. Okay. Fang besser an zu laufen. Ist auf jeden Fall das, dass er heave mit. Ich bin sehr gespannt. Dann wollen wir mal laufen, wa? Spielen wir jetzt mal den Jump'n'Run Simulator Resident Evil 7. Sehen wir jetzt das erste Mal, wie Ethan aussieht? What the fuck? Okay. Okay. Sehr nice in der Pfütze aufzuwachen, damit man weiß, wer man ist. Gutes Game Design. Finde ich auch mega gut. Muss ich zugeben. Richtig, richtig gut. Der Schlamm lebt, Freunde. Habt Angst vor Pfützen. Sie nehmen euch mit. Wird das jetzt nur atmosphärischer Horror oder wird das jetzt echt so ein bisschen Stealth? Erinnert mich gerade ein bisschen an Monstrum wegen dem ganzen Geroste hier und so weiter. Monstrum konnte ich nie spielen, weil ich zu blöd bin für Monstrum. so viel dazu zu dem Stealth-Ding, ne? Vietnam-Flashbacks. Jawohl. Das war ein Vietnam-Flashback. Kannst du auch danach ein Ending mit Zoe machen? Wär echt cool. Äh, ich will's auf jeden Fall spielen. Ich werde, denke ich mal, jetzt heute dann nur ein Ending aufnehmen, aber das andere, das machen wir dann auf jeden Fall auch nochmal. Weil das interessiert... ...mich dann doch schon. Guck mal, die haben Bleigießen gemacht. Mit sich selbst. Das ist ja cool. Bis dann, Mayra. Schön, dass du hier warst. Ich geh nie wieder nach draußen. Verständlich. Sowas von verständlich. Sie sind tot. Sie sind tot. Was ist das? Das Ingeniebaut. Was hast du denn gesagt? Sie hat sie alle töten. Schau. Was ist los? Wir brauchen ein paar Weapons. Ist es noch ein paar Weapons auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Aber... Schau, wir gehen hier. Vielleicht können wir hier rauskommen. Alright. Da sind die also rausgegangen. Können wir hier lang? Nee, die ist auch dann verrostet. Das heißt, wir müssen da lang. Nun gut. Wollen wir nochmal schauen, wa? Oh, geil. Das klingt auf jeden Fall nach einem Wesen, was ich nicht kennenlernen möchte. Ich sag's offen. Und ehrlich. Oh, oh. Hier ist eine Menge von dem schwarzen Zeug. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Weil dieser Schlamm, der ist schon ganz schön komisch. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Nee. Crewliste. Captain Ed Carly, Paul Fitzgerald, Chefingenieur, Erster Offizier, Giovanni Finetti, Zweiter Offizier, Clark C. Walsh, Mechaniker Dwayne, Kommunikationstechniker Jim, Arzt Gerald Waddle. Waddle! Sie ist nicht mein Kind. Jetzt gibt's ja auch noch so eine Story dazwischen, oder wie? Beautiful. Absolutely beautiful. Ach, gestorben beim Kacken. Quasi. Was erwarten uns hier drin? Absolut nichts. Guck mal, das sieht aus wie ein riesiges Telefon. Moment. Hier, pass auf. Äh. Moment. Wie, wie, wie? Ich muss da ja ganz neben, so. Nee, wie, wie, wie muss ich denn da neben, so. Wo, wo ist meine Hand da? Ich nehm mal kurz den Hörer ab. Hallo? Boah, hab ich lang gebraucht, um das jetzt irgendwie umzusetzen. Das hat den Witz irgendwie viel schlimmer gemacht, als er eigentlich sowieso schon ist. Oh, Mann. Wow. Die Titanic sah aber damals eigentlich besser aus. Eieiei, das ist aber auch ein Schiff, ey. Annabelle. Oh. 1987. 1987. Was macht hier so Geräusche? Äh. Noch mehr Bleigießen. Wow. Evelyn ist es. Evelyn macht das. Wir lernen endlich Evelyn kennen. Hey, ist das nicht schön? HHHHHH! Was? Was bist du? Okay. Die Story findet jetzt auf jeden Fall einen Zusammenschluss. Wir sollen uns jetzt nämlich dran erinnern. So weit ist es jetzt schon. Da hilft ein bisschen Panzertape. Klar, das hilft immer. Panzertape ist das A und O. Oh, der ist nicht mehr ganz weggekommen. Schade für ihn. Eww. Ab in eine Suppe. Oh. Eine Familie. Hey. Vielleicht bist du gerade in der Puppe. Vielleicht bist du gerade in der Pubertät. Okay. Jeder macht das irgendwie mal durch. Dieses Pubertätsding. Das sieht gerade sehr heftig nach Verstecken aus. Da brauchen wir eine Fuse, damit wir da durchkommen. Ihr seht ja gerade selber an dem Schatten, was da gerade lang lief, ne? Ich muss auf jeden Fall ne Waffe finden. Weil da konnte ich ja schon was kaputt machen. Das heißt, ich finde wenigstens irgendwas. Flüssige Chemikalien. Ich kann gleich auf jeden Fall kämpfen. Im besten Falle. Maschinengewehr-Munition? Now we're talking. Ja, jetzt sind wir aber noch nicht am talken. Dude, ich hab noch nicht mein Maschinengewehr. Ich kann ihn noch nicht bekämpfen. Kannst du bitte wieder gehen? Moin. Tschüss. Oh. Hi. Ähm. Muss ich erst das Maschinengewehr finden oder mach ich jetzt erst das hier? Oh, fahr auf. Einfach die Tür zu. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen einfach mal, okay? Ich, ich, ich geh einfach schon mal weiter. Komm. Ich, ich, ich geh, ich geh dann mal, ne? Tschüss. War, war super nett, dich kennenzulernen. Das war, war, echt cool. Boah, wie groß ist dieses Schiff? Gottes Willen. Mich lässt das Gefühl irgendwie nicht los, dass wir die Waffe schon hätten finden sollen unten. Und ich mich blöd umgesehen hab. Aber irgendwas sagt mir auch, dass ich sie jetzt hier... Hi. Das, das Tape? Okay. Es ist echt gruselig, dass du jetzt die ganze Zeit hier bist. Weißt du das? Alte Videokassette. Ich glaube, dann. Die ist aber auch schwarz überzogen. Vielleicht ist das von ihr einfach irgendwie eine Manipulation. Test Subject I001. Sea Transport Lock. Top Secret. Rückspulen nicht vergessen. Errungenschaft freigeschaltet. Erinnern mich an Speicher nicht vergessen. Das haben die von meinem Podcast geklaut. Ist von Mia Winters. Wir waren Test Subjekt Nummer 1. Mit uns hat wirklich alles angefangen. Wir werden verhörter. Sie hat mich durch den Angriff infektiv gebrochen. Und ich bin zu weit entfernt. Und ich bin zu weit entfernt. Und ich bin zu weit entfernt. Ja, es ist deine Schuld. Aber das bedeutet, dass ich nicht, dass ich dich sterbe. Sie hat dich nicht. Das ist Teil ihrer Imprinting Protokoll. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Take it. Es hat ihre Tissue Samples. Du findest sie. Ich habe das. Okay, Evie. Wo bist du? Wir haben Gewebeproben von ihr. Das ist dieses wichtige Ding, was wir hier haben. Und hey, wir haben jetzt das Maschinengewehr. Haben wir ein Messer, Mama. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollten sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, dass Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Soll die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Oh, fuck. Sie ist nahe. Das heißt, die war hier im Fahrstuhl. Oder auch nicht. So viel zum Thema Babysitterjob. Ja. Kann man von hier aus in den Raum? Ja, dann ist sie hier jetzt drin. Hier wird sie drin sein. Von der anderen Seite verschlossen, natürlich. Ähm... Evelina... Hinaufklettern? Oh. Warum sollten wir das können? Weil wir wahrscheinlich vor irgendwas gleich nochmal fliehen müssen. Hm. 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 Sollten wir vielleicht unsere Waffe wegpacken? Ich packe mal meine Waffe weg. Ich glaube, das ist gut. So, haben wir uns jetzt hier genug umgesehen? Die ist halt in diesem Raum. In dem, der dahinter ist. In dem Raum hier ist die drin. Aber da kommen wir dementsprechend nicht rein. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Aha! Ja, ich würde sagen, die hat sich ein bisschen übergeben. Ein bisschen. die hat sich ein bisschen übergeben. Ein bisschen. Okay. Wir müssen sie finden und schnell. Das ist aus der Hand. Entstanden. Das heißt, so viel wie? Das hier hat's ne Menge. Oh. Halleluja. Ja, ich hatte echt ganz schön viel aus, wenn ich das euch mal so sagen darf. Oh, Evelyn! Wir müssen die Treppen nehmen, oder? Na, obwohl? Jetzt ist er für eins. Da ist er. Oh, Moin. Oh, Moin. Mann, ey. How to die a thousand fucking times. Ach, komm. Ja, überspringen. Bitte. Ich hab gehofft, dass die Gegner schnell sterben, deswegen dachte ich, haben wir ein Messer dabei. Weil Messer sind das Unnützte überhaupt. Yannick schlitzt Kotze. Bildliche Vorstellung. Ja, jetzt hau rein. Ob das glaubst du oder nicht, das hab ich schon mal gesehen. Ich bin hier nur noch mal, weil ich schlecht bin. Hallo. Hier. Take it. It has her Tissues. Danke. Mache ich. Ja. Geht auf. Okay, Evelyn. Where are you? Das wird sie dir, glaube ich, nicht einfach so sagen. Der Kodex zeigt die Entfernung zum Ziel. Okay. So. Kotze. Mh-hmm. So. Das heißt, jetzt auf jeden Fall bisschen mehr hier mit unterwegs sein. Was ist das denn? Interessant. Wenig haltet ihr nicht aus? Weil da würde ich sagen, habe ich gerade ganz gut auf den Kopf gezielt. So, Evelyn. Einmal würde wieder hochkommen, der Fahrstuhl. Ich realisiere jetzt gerade erst, dass die Zeit gekommen ist, in der man wie ein super cooler Agent mit seiner Uhr talken kann. Smartwatches. Wundervoll. Ja, ne? sehr gut. Ja. So. Danke. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe nicht, dass jetzt mitten hier im Raum gleich einer kommen wird. Ich finde es aber cool, dass wir jetzt das Schiff quasi nochmal erkunden, so, ne? Wo es noch funktionstüchtig war. Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe gleich keine Munition mehr, weil ich spiele wie ein Affe. Was sehr schade ist. Ich mache wöchentlich Treffen in Berlin, das ist richtig. Jeden zweiten Dienstag. Das heißt nämlich wöchentlich. Versteht ihr? Wie bei Counter-Strike. immer in Salven schießen. Das mögen die. Bist du auch tot? Rekelst, ekelst dich noch so viel. Bombe mit Fernzünder? Muttergottes. Was haben wir vor? Drücke R, um sie zu zünden. Heilige Scheiße. Neue Funktion. Ist aber nett von dir, dass du runterkommst. Gib ich hier offen zu. War es das? Nice. Lebst du noch? Oder wohnst du schon? Ikea. Kommt alle vorbei. Die wurden ja damals schon alle übermannt. Heftig. Ich will ungern meine Bomben jetzt schon benutzen, weil ich glaube, dass ich die gleich alle brauche. Hm. Hier wird die drin sein. Ach da. Da wird irgendwer drin sein. Erzmittel. Hey. Flüssige Chemie. Wir haben das Kraut schon genommen. Ich blöd, Mann. Okay, mit dem Erzmittel kann man also diese Türen hier aufmachen. Okay. Heilige Scheiße. Ja, 32 würde ich sagen, ist nicht gerade um die Ecke. Was? Was? Where are you, Evie?